Herzlich Willkommen auf meinem Kanal, mein Name ist Fuma, bei mir gibt es Tipps, Tricks und Guides, meine lieben Freunde, genauso wie auch den Platin-Guide, doch heute dreht sich alles um Diablo 4. Checkt auf jeden Fall gerne dieses Video aus, das war das letzte, was ich für Diablo 4 gemacht habe und wenn ihr gar nichts mehr verpassen wollt, würde ich mich mega über ein Abo freuen. Das hier ist ein anderer Blockbuster auf meinem Kanal, den ich gemacht habe. Also let's do it, nach dem Intro geht es los und wie sage ich immer so schön, Semper Fi, lassen wir es krachen. Herzlich Willkommen zu meinem Trophäen-Guide zu Diablo 4. In diesem Video werde ich euch die Trophäen etwas näher bringen, auch ein paar Tipps und Tricks euch geben an die Hand, damit ihr besser versteht, was ihr machen müsst oder wo ihr hingehen müsst, um die Trophäe zu erhalten. Noch ein wichtiger Hinweis, es wird hier keine Story-Spoiler geben. Also fangen wir an mit den Bronze-Trophäen. Let's do it. Bei den Bronze-Trophäen beginnen wir mit der Emanzipation, schließe die Kampagne ab. Das ist ja soweit auch klar und auch einzigartig. An dieser Stelle kann ich gleich dazu sagen, es wird zu dieser Trophäe auch noch eine Gold-Trophäe geben, aber dazu später mehr. Dann engagierter Beschützer, erreichen sie Level 50 mit einem beliebten Charakter. Dabei ist es völlig egal, was ihr für einen Char nehmt, Hauptsache ihr erreicht einmal Level 50. Dann Legionskiller. Das zieht sich jetzt so ein bisschen durch. Bei den Bronze-Trophäen töte 666 Dämonen, Gefallene oder Ziegenmenschen. Ihr müsst nicht alle töten, sondern oder. Entweder 660 Dämonen, Gefallene oder Ziegenmenschen. Untote rückgängig machen, im Prinzip heißt das untote töten. Töte 666 Geisterskelette oder Zombies. Und dann kommt der Kammerjäger, das ist die nächste Bronze-Trophäe. Töte 660 Schlangen oder Spinnen. Na Halleluja, also werden wir definitiv zum Kammerjäger werden. Schauen wir uns mal die nächsten Bronze-Trophäen an. Huch, was passiert denn da? Das war's schon. Ja genau. Es gibt nämlich nur noch zwei Bronze-Trophäen. Die eine heißt Getreht. Töte 666 Ertrunkene, Vampire oder Werwölfe. Und die letzte Bronze-Trophäe ist Gefolterte Seelen. Töte 660 Banditen, Kultisten oder Ritter. Tja, was haltet ihr denn von den Bronze-Trophäen? Das sind jetzt echt wenig gewesen, nämlich nur sieben Stück. Schreibt mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare, was ihr von den Bronze-Trophäen haltet. Wir gehen dabei einmal einen Schritt weiter zu den Silber-Trophäen. Da wird es erst spannend, dann interessant und dann herausfordernd. Das darf ich jetzt schon versprechen. Und wenn euch das gefällt, was ich mache, dann lasst mir gerne ein Däumchen oben da und abonniert meinen Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst von Diablo 4. Natürlich möchte ich auch an dieser Stelle meinen Community-Stream empfehlen. Checkt den gerne aus. Ich streame zusammen mit Abonnenten und Kanalmitgliedern und mit richtigen Diablo-Profis. Also wenn ihr Fragen habt, kommt dann auch gerne in den Livestream. Aber jetzt die Silber-Trophäen. Hammerdown. Töte 50 Feinde, während du als Barbar im Berserker-Modus bist. Das heißt also, wenn ihr wirklich die Trophäen haben wollt, müsst ihr den Barbar auch so skillen, dass ihr den Berserker-Modus aktivieren könnt. Weil es gibt ja unterschiedliche Builds, wie man seinen Char spielen kann. Aber für die Silber-Trophäe muss der Barbar 50 Feinde töten im Berserker-Modus. Das ist gleich mal der erste Tipp an dieser Stelle. Okay, und das geht nämlich jetzt auch so weiter. Die nächste Silber-Trophäe ist mit kräftigen Schlägen. Töte als Droide 50 Gegner in der Werbeer-Gestalt und 50 Gegner in der Werwolf-Gestalt. Also das müsst ihr dann auch so skillen bei dem Droiden. Werbeer und Werwolf und jeweils 50 Gegner müsst ihr dort töten. Dann die Armee der Knochen. Das finde ich persönlich, weil ich Nekro spielen werde und dazu auch schon ein paar Videos gemacht habe. Checkt gerne diese Videos dazu aus. Da habe ich drei unterschiedliche Builds vorgestellt, die meines Erachtens schon ziemlich stark sind. Aber das dürft ihr dann selber gerne auch ausprobieren. Also Armee der Knochen beschwöre 100 Skelett-Magier oder Skelett-Krieger als Nekromant. Hierbei ist es völlig egal, ob es Magier oder Krieger sind. Wir brauchen sie nur zu beschwören. Und das war's. Und für die, die mit den Minions spielen wollen, das heißt Minions-Skelett-Kriegern, ist das eine ganz einfache Sache. Dann, das finde ich auch wieder sehr interessant, rein und raus. Töte als Jägerin 50 Feinde in der Nahkampf-Reichweite und 50 Feinde außerhalb der Nahkampf-Reichweite. Aber ich denke mal, das ist für die Jägerin, ja, wie jeden Morgen seine kalte Milch trinken. Ganz klar, das machen die wahrscheinlich im Schlaf. Okay, gehen wir mal weiter und schauen uns die nächsten Silbertrophäen an. Ihr seht schon, von den Silbertrophäen sind wir jetzt schon bei einer höheren Anzahl wie bei den Bronzetrophäen. Dann natürlich auch Meister der Elemente, Töte als Zauberer, 100 Feinde mit Feuer, Frost und Blitzschaden. An dieser Stelle mal so ein kleiner Exkurs. Das ist schon spannend, dass es Silbertrophäen gibt für jeden eigenen Char mit einer bestimmten Aufgabe. Das zeigt mir an dieser Stelle aber auch gleich, dass sie nicht zu Beginn des Launches oder des Releases von Diablo 4 eine zusätzliche Klasse, die sich auch gewünscht wurde, ist, schon reingestellt wird. Ich gehe davon aus, an dieser Stelle bei den jetzigen Informationen, dass eine neue Klasse wahrscheinlich dann mit einem Bezahl-DLC dazukommt. Aber wir werden es sehen. Gucken wir mal weiter. Die praktische Bastelei. Stelle beliebige Elixiere und Räucherstäbchen. Meiner Übersetzung nach war es Weihrauch. Okay, das dürfte aber auch nicht so schwierig sein. Ich gehe davon aus, dass die Räucherstäbchen in Klammern Weihrauch zur Hauptstory gehören. Das wird das wahrscheinlich dabei machen werden. Und Elixiere ist ja sowieso ein Nonplusultra, um schneller und besser auch leveln zu können. Okay, potenzielle Änderungen. Verbessern Sie ein Rüstungsteil, ein Schmuck und eine Waffe. Wir haben ja verschiedene Rüstungsteile. Dabei ist es völlig egal, welches Teil wir verbessern. Wichtig ist, den Schmuck nicht zu vergessen und natürlich auch die Waffe mal abzugraden. Das gehört so ein bisschen zum Upgraden. Und dann wird es ein bisschen interessanter. Hier kommen wir nämlich ins Endgame. Lebende Albträume. Schließe einen Heiligen- oder Ahnen-Albtraum-Dungeon und Ahnen-Albtraum-Dungeon ab. Bei den Ahnen geht es um die Uralt-Albtraum-Dungeon. Die muss man ja auch im Endgame speziell mit speziellen Schlüsseln freischalten. Halleluja, Schwester. Das wird eine kleine Herausforderung. Für mich persönlich an dieser Stelle darf ich das schon mal sagen. Aber okay, wenn man sich ein Diablo vornimmt, Platin zu bekommen, darf man natürlich echt einiges ruppen. Okay, und dann das letzte, das Blatt wenden. Sammeln Sie 1000 Glut in den Höllenfluten. Wichtig an dieser Stelle zu wissen, dass die Höllenfluten erst ab dem letzten Schwierigkeitsgrad, nein, ab dem vorletzten Schwierigkeitsgrad, Albtraum spielbar sind. Und diese Gluten, die braucht ihr nachher. Es hört sich ganz einfach an, es ist aber schwieriger, weil es werden viele Minibosse da auch in den Höllenfluten kommen, viele Gegner und die Gluten braucht ihr, um Kisten freizuschalten, die dann zum Beispiel einzigartige Gegenstände beinhalten. Gehen wir mal weiter. Das sind jetzt die letzten drei Silbertrophäen, chaotisches Flüstern, öffne 10 Chaos Kisten vom Baum des Flüsterns. Das sind auch Aufträge, das heißt, das ist auch das Endgame. Wir werden dann irgendwann zu dem Baum des Flüsterer kommen im Endgame und der wird uns Aufträge erteilen. Die müssen wir erledigen, dann bekommen wir wieder spezielle Schlüssel und dann erhalten wir diese Chaos Kisten. Davon 10 erledigen und dann habt ihr die Silbertrophäe. Ja, und dann natürlich, erste Hilfe, verbessere deinen Heiltrank auf die Maximalstufe. Das dürfte auch ganz einfach sein, je nachdem wie hoch wir kommen, wird das natürlich Geld, Materialien kosten. Also an dieser Stelle auch mal ein Tipp gleich wieder, sammelt alles. Aber wer ein Loot-Spiel spielt wie Diablo, der weiß das einfach, dass wir alles einsammeln. Von der kleinen Brombeere bis zum großen Werbeer, wie auch immer. Okay, und dann die letzte Silbertrophäe, natürlich erreiche 5 PvP-Kills. Pah, tja, was haltet ihr von den Silbertrophäen? Ihr müsst für Platin in das PvP. Ganz klare Nummer, ihr seht es hier. Schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare. Meine Meinung persönlich, ich hätte es mir nicht gewünscht. Das heißt also, ich muss kein PvP haben. Ich finde das doof, dass die das mit einbauen. Aber okay, mal gucken, wie oft ich dann den Popo vollkriege, bevor ich irgendwann mal Bronze, äh, Platin habe. Okay, gehen wir mal zu den letzten Trophäen, das heißt zu den Gold-Trophäen, was ihr dort erreichen müsst. Tja, oder weltlicher Jäger, töte einen beliebigen Weltboss. Okay, das habe ich glaube ich dann schon in der Beta zwei oder dreimal gemacht. Aber völlig egal. Weltbosse haben bestimmte Timing und Timing-Fenster. Das wird aber immer auf der Weltkarte angezeigt. Wann die spawnen werden für Weltbosse, braucht ihr grundlegend erstmal auch eine Gruppe. Aber keine, keine feste Gruppe, sondern die Leute kriegen alle eine Meldung. Oh, das brandt jetzt ein böser Weltboss. Wie Aschawa, das war ja in der Beta ein Weltboss. Den haben wir platt gemacht. Halleluja, Schwester. Dann kriegst du eine Gold-Trophäe. Finde ich persönlich einfach eine Gold-Trophäe. Also diese Gold-Trophäe. Da finde ich die silbere PvP schwieriger. Und dann Estuar Tourist. Erkunde ganz Estuar. Das bedeutet, ihr müsst alle Gebiete, das bedeutet nichts anderes, ihr müsst alles aufdecken. Alle Gebiete aufdecken. Den Fractual Peak, Sokorol, die trockenen Steppen, Ketschistan und Wawetzer, wie auch immer. Entdeckt einfach alle Gebiete, deckt alles auf und dann bekommt ihr die Gold-Trophäe. Ist eigentlich so ein Standard-Ding. Neugieriger Sammler. Und das wird wieder eine Sache, das wird länger dauern. Schalte alle Aspekte des Kodex frei. Boah. Ja, und hier ist eines wichtig zu wissen. Es ist bei den Aspekten nicht nur eure Klasse. Ihr müsst alle Aspekte finden. Für die anderen Klassen auch. Also es bringt nichts, nur die Dungeons zu farmen. Natürlich um hochzuleveln, ganz klar. Und auch Aspekte für eure Klasse am Anfang zu finden. Aber um Gold zu bekommen, müsst ihr alle Aspekte des Kodex freischalten. So war klar. Also das ist viel Sammeln, Suchen und Find. Das wird eine Weile dauern. Ja, und dann wahre Ausdauer. Erreiche Level 50 mit einem Hardcore-Charakter. Und das ist wieder so ein Zwang, wo ich sage, wie beim PvP, das ist doch völliger Quark. Ja, warum muss ich einen Hardcore-Charakter spielen und den bis Level 50 hochleveln? Das wird eine schwierige Angelegenheit. Das heißt, ich werde das Spiel mindestens 3, 4, 5 Mal anpassen, weil wir ja auch ergebender Beschützer haben. Das heißt also, erreiche Level 100 mit einem beliebigen Charakter. Das ist immer noch gut. Das sage ich, das ist alles okay. Aber warum muss ich unbedingt jetzt Hardcore spielen? Hardcore bedeutet, für die, die es noch nicht wissen, ich denke, ihr wisst es aber da draußen, Hardcore bedeutet letztendlich, wenn dein Char stirbt, ist dein Char tot. Und du musst komplett neu von vorne anfangen. Und natürlich die aller, allerletzte Trophäe. Das hatte ich ja schon gesagt. Das ist die Gold-Trophäe. Hier werde ich an dieser Stelle aber nicht spoilern. Das hängt natürlich mit der Kampagne zusammen. Ihr bekommt zwei Trophäen bei der Beendigung der Kampagne. Das ist einmal die Bronze und einmal die Gold-Trophäe. Und da sage ich einfach nur, das hat was mit der Haupt-Story zu tun und mit der Haupt-Antagonistin, die wir ja in ganz, ganz vielen Trailern gesehen haben. Aber mehr möchte ich an dieser Stelle nicht sagen. Wenn euch das gefallen hat, was ich mache, lasst mir gerne einen Däumchen oben da. Abonniert meinen Kanal, macht rechts die Glocke an. Und auf jeden Fall, meine lieben Freunde, bleibt gesund und Semper-Fee. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Auch eure Meinung ist mir wichtig. Also lasst die Tasten glühen und rein damit in die Kommentare. Mein besonderer Dank geht an meine Kanalmitglieder. Ihr haltet den Laden als Master und Commander hier am Laufen. Danke für eure Treue und euren Support. Semper-Fee, euer Fuma.